Die Menschen sind nicht gewohnt, Denkarbeit zu tun. Die Menschen sind nur gewohnt, das zu sehen, was sie sehen mit ihren Augen. Das ist nicht wichtig. Wenn du gerade ein Problem hast, sind die Auswirkungen nicht wichtig? Die Auswirkungen sind ein alter Hut, weil das Problem ist eine Auswirkung von gestern, von der Vergangenheit. Und das ist da, das ist Realität. Und du kannst dich so mies fühlen, wie du willst, damit änderst du nichts an dem Problem, ist trotzdem da, auch wenn du dich mies gefühlt hast. Da kannst du dich genauso gut fühlen. Und das ist die Kunst, sich inmitten von Turbulenzen gut zu fühlen. Hallo. Hallo. Das war eine drei Schritte Übung. Ja. Ich mache sie täglich. Super. Und stelle manchmal fest, dass manchmal diese schlechten Gefühle so stark sind, dass ich da nicht herauskomme. Und dass es manchmal einfach Probleme sind, wo ich, weil ich das Gefühl jetzt quasi durch, dass ich mich besser fühle, aber das Problem ist immer noch da. Ja. Immer wieder zu diesen schlechten Gefühlen. Irgendwie, also das heißt, dann muss man das Problem auch erst mal lösen, bevor man dann weitermacht. Also das ist mir... Im Gegenteil. Im Gegenteil, Inna. Du kannst das Problem gar nicht lösen, wenn du dich im Problembewusstsein befindest. Das ist nicht möglich, weil du bist da einfach nicht auf der geistigen Frequenz, um eine Lösung zu sehen. Deshalb ist es auch so wichtig, sich zuerst in die Betrachterposition zu geben. Also du kannst aus diesen miesen Gefühlen heraus das Problem nicht lösen. Du brauchst wirklich eine Distanz von deinen Gefühlen und von deinen Gedanken und versuchst mal mit dem kleinen Trick wirklich in das Gefühl hinein zu gehen, wenn es wirklich sehr hartnäckig ist und Inna, ich glaube, wenn es hartnäckig ist, dann hast du das erst ein bisschen spät entdeckt in dir. Und das passiert, wenn man anfängt, das zu üben, weil je eher du das erwischt, ja, ich habe ja gesagt, töte das Monster, solange es klein ist. Nur als Metapher, es ist kein Monster. Und wenn du das sich zu doll entwickeln lässt, dann wird es natürlich schwieriger, weil diese Gefühle, die sich entwickeln, ziehen assoziativ dann die Gedanken an, die dazu passen. Und ja, da ist es wie eine Spirale. Da gehst du immer mehr rein und dann denkst du, ach, die Gefühle kriege ich jetzt gar nicht mehr los. Aber dann sei wirklich auch dominant, so wie ich es dem Stefan gesagt habe, sei dominant mit deinen Gefühlen. Ja, sag, nein, halt, wenn die Gefühle gerade groß sind, dann frag dich, was fühle ich gerade? Sei mutig, fühle in diese Gefühle hinein, sei mutig, ja, richtig tief rein. Was fühle ich gerade? Aha, ich fühle diese oder jene Gefühle. Will ich diese Gefühle jetzt fühlen? Dann sagt dir dein kleiner Verstand, na ja, aber das Problem ist ja da. Du siehst ja, das Problem ist da, die Auswirkungen sind ja da. Und dann sagst du, ja, die Auswirkungen sind da, aber die sind da, ob ich mich mies fühle oder ob ich mich jetzt gut fühle. Ja, die Auswirkungen des Problems sind ja schon eine Realität, ein alter Hut. Die sind in jedem Fall da. Und wenn du, liebe Inna, dich zu sehr von der Realität, die jetzt gerade in dem Moment deine Realität ist, gefangen nehmen lässt, ja, dann erschaffst du für deine Zukunft immer ein Stück Realität, das der Realität der Vergangenheit gleicht. Das habe ich schon ganz oft hier erzählt, erzähle ich immer wieder, weil irgendwann macht es dann mal Klick und dann hast du es ja richtig tief emotional begriffen. Also diese Gefühle, die du hast in dem Moment, wo du denkst, im Problem verhaftet zu sein, ja, dann sagt dein bewusster Verstand, ja, Inna, aber es ist ja im Moment so. Du siehst es ja selber. Der schickt dir dann Gedanken. Und dann guckst du dann in die Richtung und sagst, ja, Mensch, der Verstand hat ja recht, das Problem muss ich ja erst mal lösen, ja, und da kommst du da gar nicht raus. Wichtig ist, dieses Problembewusstsein zu verlassen und als Beobachter die Gefühle und Gedanken zu beobachten und diese Beobachterposition immer wieder zu üben. Wichtig ist da wirklich immer weiterzumachen. Wenn du das jetzt drei Wochen oder vier Wochen geübt hast, ist das noch keine lange Zeit. Wichtig ist, innerhalb der Übung die Erfahrung zu machen, die du mir jetzt geschildert hast. Das ist gut, ja. Das ist toll, dass wir uns darüber unterhalten können und das ist auch toll, dass du das gemacht hast, Inna. Ich hätte dich sowieso noch gefragt, ob du das gemacht hast. Toll. Und diese Übung, so wie du die machst, so hast du angefangen. Du verfeinerst die dann immer mehr. Wir machen dann Feintuning, bis die bei dir klappt, ja, und du wirst immer besser. Hat die denn schon einmal bei kleineren Gefühlen geklappt, Inna? Ja, oft. Super. Das hat schon oft geklappt und es fühlt dich auch gut an. Toll. Du musst wirklich dominant sein mit deinem kleinen Ich. Das ist wie eine Mutter an die Hand nehmen, nicht böse, nicht ärgerlich, so wie du dein Kind an die Hand nimmst, wenn du sagst, so jetzt ist aber Schluss, meine Liebe oder mein Lieber, je nachdem. Und dann musst du dominant bleiben, weil das ist wie mit einem kleinen Kind, ja, das kleine Ich ist wie eine Subpersönlichkeit in dir. Das ist wie ein Teil, ja, wie eine andere Persönlichkeit innerhalb deiner Persönlichkeit. Und das musst du schon in die Grenzen weisen auf freundliche Art und immer wieder gucken, was denke ich jetzt gerade? Ah, ich denke jetzt gerade, dass ich in einem Problem bin, aber ja, ich bin so oder so im Problem, ja, ich bin jetzt, das Problem ist jetzt da und jetzt schaue ich mal gleich auf das Problem, ganz emotionslos, aus der Rolle des Beobachters. Und dabei kannst du auch die Augen zumachen und dann schaust du auf die Umstände, auf das Problem und dann, liebe Inna, erst dann bist du in der Frequenz, in der gedanklichen Schwingung, wo du eine Lösung sehen kannst. Erst dann. Deswegen ist es auch so wichtig, in diese Beobachterposition zu kommen, weil nur dann kannst du eine Lösung sehen. Und die Lösung, die du dann siehst, hat eine ganz andere Qualität als irgendwas, was du da mit schlechten Gefühlen ausklamüserst oder was du da mit Druck machst oder was du... Jede Entscheidung, die du mit miesen Gefühlen triffst, ist meist keine gute Entscheidung. Deine Gefühle sind ja ein Indikator, wie der Ömer das vorhin so schön gesagt hat. Deine Gefühle sind ein Indikator, wie beim Auto die Ölstandsanzeige oder der Reifendruckmesser oder wenn eine Lampe kaputt ist, dass das anzeigt. Das sind deine Gefühle für dich. Die sind ein Indikator. Und die guten Gefühle, die sagen dir, Mensch, jetzt im Moment bist du gerade auf dem richtigen Weg. Weiter so. Und die unangenehmeren Gefühle, die sagen dir, jetzt im Moment bist du auf einem Weg in deine Zukunft, den du nicht haben möchtest. Du stimmst dann nicht mit dem größeren Ich überein. Und das zeigen dir deine Emotionen. Du bist gerade nicht auf dem Weg des größeren Ichs. So können wir das stehen lassen, ja. Du bist auf dem falschen Weg. Und das indizieren dir deine Gefühle. Das zeigen dir deine Gefühle. Und deswegen solltest du auf die Gefühle auch achten, weil die Gefühle sind wertvoll. Wir nutzen die nur falsch und denken dann, ach, miese Gefühle fühlen sich mies an. Nee, miese Gefühle haben ihren Grund. Die zeigen dir ganz eindeutig, du bist gerade, du schaffst gerade was in dem Moment, wo du die miesen Gefühle fühlst. Was nicht übereinstimmt mit deinem Kern, mit deinem wahren Selbst. Weil du bist ja im Moment nicht dein wahres Selbst, wenn du dich im kleinen Ich-Problembewusstsein bewegst. Und da rauszukommen in die Beobachterposition ist der Schlüssel. Probiere das inneren, wenn sich die Gefühle schon entwickelt haben. Probier zuerst die Gefühle zu erwischen, wenn sie klein sind. Ja, sofort anzufangen mit der Übung. Das ist wirklich toll. Und wenn die dann größer sind, dann sei ein bisschen dominanter. Und spüre, hab den Mut, auch wenn es sich im ersten Moment nicht schön anfühlt, hab den Mut, reinzuspüren und guck, wo die Gefühle sich, jedes Gefühl, also Gefühle haben manchmal andere Plätze im Körper. Bei mir ist es meist in der Bauchgegend. Ja, da entwickeln sich die Gefühle. Und die, da frage ich mich dann, kann ich dieses Gefühl entlassen? Und dann entlasse ich es. Wie eine Wolke geht es dann raus. Und manchmal habe ich dann noch was übrig. Dann sage ich, kann ich dieses Gefühl jetzt entlassen? Wiederhole ich. Und dann, und manchmal, wenn es ganz hartnäckig ist, habe ich dann immer noch was übrig. Dann sage ich mir, kann ich dieses Gefühl jetzt entlassen? Und dann spüre ich in mich hinein und dann bin ich frei. Dann bin ich in der Beobachterposition. Und dann bin ich in der Lage, die Sache entweder zu analysieren oder einfach nur zu beobachten. Und dann zu Erkenntnissen zu kommen. Dann bist du, ja, das wirst du merken. Dann hast du eine andere Intelligenz, Zugriff auf eine andere Intelligenz als wie im Problembewusstsein. Da hast du überhaupt keinen Zugang auf Intelligenz. Weil wenn du dich im Problembewusstsein befindest, dann ist das der Kampf- und Fluchtreflex. Und dann wird deinem Gehirn der Sauerstoff entzogen. Der wird dann den Muskeln bereitgestellt. Und wenn du dir bewusst wirst, ich bin nicht meine Gefühle, ich habe die Gefühle. Ich bin auch nicht mein Verstand. Ich habe meinen Verstand. Ich habe einen Verstand als Instrument, um den zu nutzen. Und wie der Ömer sagen würde, ich bin nicht mein Körper, ich habe einen Körper. Und hier zeigt uns die Weisheit der Sprache, dass der Ömer da irgendwie recht haben muss. Inna, wenn dir das ein bisschen geholfen hat, trainiere weiter. Wende diese kleine Technik an und dann berichte mir wieder, wie es war, okay? Ja, auf jeden Fall. Danke. Super, weil da müssen wir dranbleiben. Weil das ist eine elementare Technik, um deine Grundschwingung zu verändern. Das merkst du ja auch so schnell. Je schneller du in gute Gefühle kommst, desto besser ist deine Grundschwingung. Ja, ganz klar. Und je öfter du das schaffst, dich aus den miesen Gefühlen herauszubewegen, desto höher wird deine durchschnittliche, deine energetische Signatur. Und wenn deine energetische Signatur sich zum gewissen Maß ändert, dann werden deine Lebensumstände sich ändern. Da muss sich irgendwas in deinem Leben verändern, weil das muss dann wieder, das muss ja passen zu deiner Signatur.